ja ich bin richtig stolz auf uns weil gerade noch so von geräten so ja die vss so ja auch noch nicht man findet man die bloß aber als ob der alleine mehr heli crash gefunden hat als wir zu dritt oder zu viert mit dem auto mit dem auto haben aber echt viele gefunden wir haben innerhalb 15 minuten die vier stück gefunden bevor du es die sparen ja das ist aber gut wir brauchen eigentlich eine offroader als andere lohnt sich nicht da eigentlich eine offroader als andere lohnt sich nicht das ist ja auch geil weißt du wenn es so horne an zombies gebe diese einfach mal so richtig ziehen die auch so sicherlich gefährlich sind so walking dead das wäre doch geil oder nicht ich gehe mal kurz in das gebäude in der kitchen in kitchen oh hier ist eine woche eine torumpe oder ne winchester eine winchester in der wenigen wochen die man noch mit dem hunting scope insnit es gibt extra eine map mit den öftersten autos wenn es ja tactic fire das problem ist die offroader die sind wahrscheinlich alle schon genommen die stehen irgendwo im norden im westen im osten im süden irgendwo kaputt gefahren stehen die und die müssen wir suchen ich bin tot wieso er hat mich erschossen hinter der kirche der war irgendwo an der kirche war der hinter der kirche war der also rechts davon wenn man beim brunnen guckt nach rechts wo warst du wo bist du gestorben direkt am brunnen direkt abgetrunken hast du den schuss gehört ja ja ich hab den schuss mega laut gehört ich gar nicht kann man in die kirche rein links von der kirche jetzt also aber noch auf unserer straßenseite ich weiß nicht was die kirche ist ist das die kirche Leute in die kirche kann man nicht rein sobald ich weiß oder doch doch da kannst du rein glaube ich oder ich guck ein anderes Haus an kann sein dass er auch in einem Haus war gegen ihn auf einer kirche gegen ihn auf einer kirche oh der schießt auf mich der ist äh der ist in irgendeinem Haus oder so getroffen ne ne der hat daneben geschossen darf ich nicht ne der ist genau äh hinter der kirche hinter dem großen Haus weiß weiß weißt du wo ich mich ausgelockt hab weißt du wo ich mich ausgelockt hab weißt du wo ich mich ausgelockt hab was auch ich lauf erstmal hoch AHHHHH seh den ok oder bist du das ich lauf den berg hoch ich lauf den berg hoch ich bin nicht mehr in der schritt du bist hinter der kirche du lauf den berg hoch ne genau ja es kommt der kirche dann kommt der brunnen dann kommt ein Haus in dem Haus und dahinter kommt noch ein Haus und da stand der und hat mich beschossen ich lauf jetzt den berg hoch und guck von oben wissen aber der hat mich gesehen äh der hat mich gesehen als ich oben im haus war das war das komische könnte ein spin-sniper sein könnte mich aber auch so gehört haben ich seh den oder bist du das oh ich weiß es nicht man ich bin immer noch oben auf dem berg echt ja dann hab ich ihn gesehen der ist da wo du eben warst ok der Mock hat einen grünen Rucksack ja ich bin geschossen der läuft weg der hat dann absolut nichts wo gemein ist ein stück berg hoch in die Baumreihe es läuft weg es läuft Richtung ja ich sehe ihn nicht jetzt muss ich warten bis die Typen mir da was zurückschreiben er ist an diesem Holzhaus ok ich hab gar keine Einschussfläche mit der Waffe läuft weiter Richtung ähm ja Beaver so da in die Richtung nimm mal ihm Bennys Waffe auf den Rücken ich verschieße den der ist an äh auf der Straße der läuft halt hinten ah da hab ich endlich einen Einschuss gesehen oh Alter mit der Winterdust ist extrem schwer zu schießen das wichtigste Verbindung hab ich hier hier läuft der immer noch weg? ja ja halt ich in die Bop ja ich kann ihn nicht mehr sehen ja dann läuft immer noch ich schieße mich einfach mal vielleicht treffe ich ein paar Zufall ja es läuft ja wieder in die Stadt oder so keine Ahnung kommst du los genau was zu der macht Laufen und weg, Perry. Der Typ, der läuft hin und her. Ich hätte ihn jetzt noch weiter beschießen können. Ich habe aber das Gefühl, der schindet nur Zeit. Weil er hat gebaitet. Der ist die ganze Zeit hin und her in so einer Schlaufe gelaufen. Perry, laufen nördlich. Aus der Stadt raus. Wenn du gelootet hast. Aber mit der Wind tut es ja extrem komisch zu schießen. Die Schüsse, die kommen extrem langsam an. Die kamen gefühlt zwei Sekunden später auf 300 Meter Entfernung. Und ich hatte nicht immer die Einschusslöche. Das ist das komische gewesen. Nur bei jedem dritten Schuss kam an diesen Einschussloch. Die Engländer verschehen natürlich nicht rein. Nicht nur, dass der Staat reist. Da steht nebenbei ein Bus. Perry, da fährt ein Bus. Da fährt ein Bus. Da, wo der Udall war, fährt ein Bus. Ein Bus fährt 50, 60 maximal. Ja, ja. Der fährt auf der Hauptstraße in die Stadt rein. Das ist gleich. Falls du in der Stadt bist, fang ihn ab, fang ihn ab. Falls du in der Stadt bist. Der fährt in die Stadt rein. Aber ich hoffe, der fährt hier an der Straße bleiben. Ja, ja. Sag mir, wenn du schießen willst. Sehen noch nicht. Also, ich bin halt nördlich. Ein, zwei, drei Leute sind in der Ost drin. Aber du bist gar nicht mehr in der Stadt. Und ich wurde akzeptiert. Jetzt kann ich endlich auf das scheiß Server joinen. Oder auch nicht. Ich weiß absolut nicht, wie Paris ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nördlicher Ausgang der Stadt. Okay. Der fährt zu dir, der fährt zu dir. Der fährt auf der Hauptstraße. Ich laufe bei der Leer. Naja, der fährt auf der Hauptstraße. Der will weiter in den Norden. Glei, Leute. Ich laufe auch durch den Nord-Ostern. Jo, da kommt der. Ich habe geschossen. Hast du die Daumen? Einer ist tot. Am Fahrersitz. Einer ist nach rechts weggelaufen. In die Stadt. In die Richtung. In die Richtung. In die Stadt. Ja, in der Stadt. Nach rechts in die Stadt. Westlich, also. Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe eine extrem beschissene Position. Es könnte sein, dass der Spieler, auf den ich eh nie geschossen habe, dass der nicht von hinten holt. Tschüss auf mich. Okay. Ich gehe erstmal hier zum Motor hin. Drei Leute waren im Bus. Das ist nicht gut, denn. Ey. Wer hat mich das denn auf dem Kingdoll? Stopp. Wer schießt da? Keiner von uns. Da könnte halt noch der Einspieler sein. Ja, da sind mehrere Gruppen. Ok, dann lau ich wieder auf den Berg. Ich lau wieder auf den Sniperberg. Wie ist man bei dich im Erfiel? Ok. Scheiße, der Bus ist in halt. Ist mega übertrieben drauf. Wo bist du? Direkt auf der anderen Straßenseite beim Bus. Ok, also den Bus können die nicht kapern. Ne, auf keinen Fall. Ok, ich such mir diesmal einen anderen Sniperpunkt. Also guck nicht auf den anderen Sniper, mit dem ich mir eben ein Duell beliefert hab. Ich geh mir reinlaufen. Falls er noch hier ist. Also ich denke einer ist im Innerbereich der Kirche. In der Mauerbereich. Das liegt gar nicht. Tschüsse. Ja, keiner von uns. Ich geh doch mal ein bisschen tiefer. Keiner von uns. Also ich aushalte der Stadt an. Nordausgang. Ich schieße. Ja, ich sehe einen bei der Kirche. Zwei sind bei der Kirche. Ja, ich seh einen bei der Kirche. Zwei sind bei der Kirche. Leute sehe ich bei der Kirche. Spielen zusammen. Könnte ich beschießen, aber das wäre so ein Sperrfeuer eher. Zwei sind genau vor der Kirche, in dem Gebäudekomplex. Soll ich schießen? Warte, warte, warte. Die laufen hin und her. Die gucken zum Roten Haus. Einer ist auf der Hauptstraße. Scheiß, warum das? Ein einziger Baum, der mich komplett stört. Ich könnte dich verwirren. Falls du in der Zeit in den Bus einsteigen möchtest, würde das so? Nein. Da schießt einer. Eingetroffen, eingetroffen. Okay. Einer ist zur Mauer gegangen, steht an der Mauer. Im Gebäudekomplex von der Kirche. Tschüssi. Ah, ich bin an kann, Tschüss. Scheiße, von da wo ich war, an der Hauptstraße, ist einer. Ja, der ist gekrossen, habe ich kurz gesehen. Und von hinten kam noch einer. Ja, ich bin tot. Hast du den Bus vom Weiten beschossen oder hast du den kommen lassen? Ich habe den ein Stück kommen lassen und dann beschossen. Da steht ja direkt an der Kirche. Ja, ich habe halt nicht gesehen, wo die Kugeln einschlagen. Zwei Leute sind da noch. Ruten dich jetzt. Das sind auf jeden Fall zwei Gruppierungen. Ein einzelner Spieler, glaube ich, und zwei oder drei andere. Ich höre halt noch quatschen. Ja, ich habe drei Leute waren da. Hast du geschossen? Ja, ja. Weil die haben dich rumgeholt. Ah, Schatz, 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 ah. Ja, ich laufe aber hier weg. Das waren jetzt noch drei Leute an deiner Leiche. Ich habe einfach random reingeschossen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Meta-Einstellung richtig eingestellt habe. Einfach nur, um die zu verwirren, dass sie da bleiben. Die haben sich komplett aufgeteilt in der Stadt, deswegen konnte ich so nicht viel machen. Die sind von der Westseite gekommen, da konnte ich nicht sehen. Ich habe gesehen, als er dich angeschossen hat, da habe ich ihn genau gesehen in dem Moment. Jo. Ich büse one mal. Da kam halt genau von der anderen Seite, wo ich nicht gucken konnte. Ja, das Spiel ist halt so broke. Alter, der war bei mir Parade, der war jetzt nicht 100 Meter noch so, oder 50 Meter gegen Erfie. Von dir aus gesehen. Ja. Ja. Ja.